Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, hallo liebe YouTuber, ich bin's, euer Holger wieder und ich zeige euch heute mal ein bisschen was von meiner Arbeitsstelle und das ist nicht dieser Verkaufsladen mit den zwei Buchstaben, sondern der andere Laden, wo ihr direkt drauf guckt, das ist das Caritas Verkaufhaus und ich arbeite da im Laden und auch bei den Hausauflösungen, bei den Umzügen, Entrümpelungen und so weiter, man kann doch was sagen, Mädchen für alles, naja gut, also ich bin schon so lange dabei jetzt, ich mache Elektroabteilung und so weiter und ja, ansonsten seht ihr jetzt gerade Bilder vom Umbau noch, also bevor der Laden neu eröffnet wurde, es sind jetzt ein paar Sachen da noch ein bisschen durcheinander und es geht dann gleich weiter mit den richtigen Bildern und ich erläuter euch ein bisschen mehr dazu. Das ist jetzt hier schon kurz vor der Neuöffnung, hier seht ihr gerade ein Jugendbett, da haben wir mehrere von bekommen, da seht ihr gleich noch mehr von. Das waren hier so Gamer bzw. Schneideschreibtische, die wir bekommen haben, das ist so B-Ware. Hier haben wir einmal so ein Hotelgeschirr, dann haben wir noch diverse Sofalandschaften, dann haben wir noch diverse Schrankwände und so weiter. Dann hatten wir jetzt zur Neuöffnung auch einen schönen alten Telefunkenröhrenfernseher. So, das war es dann schon wieder fast mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, vergesst das Abonnieren nicht, vergesst das Liken nicht, vergesst das Kommentieren nicht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi Kowski!